Hallo? Hallo? Ich bin vor dem Tor, ich warte auf dich. Also Kathedrale, Ebene 2. Wer denn da? Ja, moin Digga. Wo ist denn Ollum? Fängst. Die Ehre von einem großartigen Leichnern. Während du dich um den gekümmert hast, habe ich mich um den Volumen gekümmert. Nein. Ich muss zurückkehren. Das wird dein Mann ausfallen. Das wird dein Mann ausfallen. Ich werde das nicht hinnehmen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ah, da geht es weiter. Na klar. Ja. Ja. Ja, macht so einen Weiß, genau. Boom, boom, welchen leer. Stoffe 17. Stoff. Heilender Sog, neue Runde für Blutsaugen. What the fuck? Und neue Runde für Knopfenschwerke. Soh, ne. Soh, ne. Soh, ne. Wir haben den Gehilfen vergessen. Wie viel Gold hast du eigentlich, wenn ich fragen darf? Äh, 29.000. 29.000? Ja. Ja. Ich hab 30 Quell. Nice. Ja, ich hab auch einiges ausgegeben. Ich weiß, Digga. Er ist frei! Er darf sich nicht bewaffnen! Ich bin Cormac, Krieger des Templer Ordens. Suche nach dem Skelett König. Hier müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Da hinten ist auch noch was. Ohne ein Ring. Kann es sein, dass ich schneller bin als du? Yes. Krieger. Schwerze Magie versperrt uns den Weg. Doch der Wille eines Templers ist stärker. Ihr wart ein Templer, Yonda. Wie kann ich mit diesem Zirkel enden? Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt beherrschen. Ja, geht weg. Ja, mein Name ist er. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Verrat kann nicht vergeben werden. Ja mein, das wird Änderung, du! Ich bin Cormac, Krieger des Templerordens. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Wow, ich muss so kurz weg. Ui, wie kriegen wir da ordentlich Leben. Warte, ich will mich kurz umskillen, Digga, aber ich habe so einen Spell, der mich noch heilt, den will ich noch kurz ausrüsten. Ziel bei der Dauer, blablabla, okay, nice. Das wird eine Herausforderung. Willst du nicht das Ende? Ja. Oha, Levels, 15, Digga, und wir haben noch nicht mal Kapitel 1. Ja, ich level grad soo hart schnell, oh mein Gott. Ich komme nicht mit den Spells hinterher, Digga. Eieieieie. Warte. Ich will kurz gucken, was ich jetzt alles bekommen hab. Gollm befehligen, oh mein Gott. Äh, was haben wir hier? Nova. Zwingt zwei Sensen. Krank. ich habe überraschung der guck mal was gesehen ich muss mich noch gedulden das ist meiner dinge das muss mein scherz wissen ich muss mich noch gedulden ich habe einfach gerade 11k damage gemacht das ist noch nicht so weit alles auf nahe kauf digga das ist ein bisschen shittier was haben wir hier das ist geiler die du mal auf die andere seite lang ist die hier mal lang rechts das ist okay oh rot und das kommt so ich bin über und er hat erbarmut bei den R1 Blut und Knochen Reiß gegner in der Nähe Knochen raus Prozent Prozent Sommer hier erweckt ein Skirtbuch ist der Anrufsgeschehen mit jedem Sinne Alta Lutz Ok gut aber die Welt wird die Sachse ist gut an den Sachsen Na, Föderung, ich komme jetzt zu dir. Na, Föderung, ich komme jetzt. 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 Wer hat mich denn angeschrieben auf WhatsApp? Na, Föderung. Let's do this, oder? Let's do this. Let's do this. Let's do this. Das ist unmöglich. Let's do this. 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 Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Oh mein Gott, da kann man den Abzug getarriert werden. ja der erste Akten ist nicht fertig sein soweit ich weiß ne der erste Akte ist noch nicht fertig nicht? Nein, ich bin nicht mehr Mom ich dachte zunächst es wäre ein gefallener Stern doch in Wahrheit war es bloß ein Mensch und natürlich kann er sich auch an nichts mehr erinnern vielleicht weiß Dickerts kein mehr ich wiederverwerte hier alles bergern yo one moment jetzt erst mal kurz paar Sachen equippen schulterdienstas, annalas, pampers rotiger Leorix ok sag mal noch er ist voll verrückt der ist was was gehört die Befähigung der blöde die Befähigung von blood meine Rüstung oh Gott das ist eigentlich Novo, wenn ich das mal gucken das macht mir die Stiefel selten ah Digga, wenn ich Level 27 bin, kriege ich was besseres das spaltet nicht vor einem Moment die Frage ist, warte ich glaube aber, er regt einfach so viel mage der eine Rautesverfaltskandidin ja ich habe ein paar brandneue Waren, die dich vielleicht interessieren können was 1 1 war, wird zu 4 und selbst da die 3 1 werden, werden die 4 nie wieder 1 sein okay okay ja morgen okay so wir könnten aber auch DSO Nudeln und reinkaufen Nudeln und so generell also jetzt nicht mehr für uns die 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 ich habe jetzt den guten alten Hammer wieder Nice Die sind richtig Die sind richtig Ich bin ganz starke Die sind richtig Ich bin ganz starke Ich bin ganz starke Das ist richtig es gab ich hab da aber auch wir haben auch die neue an der Seite und wenn ich immer wie so eine Prusse guck mal guck mal wie nice ich aussehliche 380 verstand die Schaden machst du Prozent Prozent meine normalen Ertel ich sehe die gar nicht ich hab bei Attacke 446 Dinger ja ich hab 6 bei mir ist halt der der ganz angriff hier und da war 1.400 1.300 gerade 200.000 also mein Hammer der macht deutlich deutlich mehr Scham die Nummer nach links lang dann bauen wir uns ins Weg raus ja okay 1.20 das hier dass man doch schon längst Kapitel 2 oder nicht mal ich hab mir das äh das war mit mit Level 34 bei Diablo dem Endboss bei der bei der Akt 1 nein nein Diablo dem Endboss sicher waren die mit Level 34 schon oder so bei der bei der Arbeit auf normal gezockt haben deswegen das die 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 Nacht die sind dunkel wir haben das viel zu empfehlen also nur Boten und okay okay Mücke ich hoffe die Tüte weh sie zwickt dich hoffentlich Ah ich muss doch Platz schaffen so so ich habe einen Amethyst bekommen mal ich bringe das Schwert zu seinem Besitzer dennoch dann soll es so sein lasst die Spiele beginnen kannst du nicht mit dir als Verkauf machen soll ich Worte Prozent ne geht nicht Digga Meister das ist ja schon viel zu einfach ähm warte werden sie sich so können sie die Nischung ah wir müssen wenn da schon aus dem Spiel kurz raus Digga um immer eins zu hören 201 niedriger was wir erst mal machen wollen wir ja okay hat er mir kurz Prozent kein Schwertdinger und dann easy also ein Kilo gestern mit ja stellte du soll es kurz machen Schild r um um spieler schilder die sie mit der zwischen den die Meister wird erst freigeschaltet, wenn wir Akt 3 abschließen Mindestens Akt 3 Ja Steht hier Qual geht erst mit Stufe 70 Spielfortführen Nein Lädst du mich wieder ein? Achso, warte Ab Ein Verbündeter ist zu mir gestoßen Ich habe mir jetzt einen Helm geholt, ey, ja Nice Wie findest du den? Warte Kannst du mir das angucken? Äh, du gehst auf Touchpad und dann auf Gruppe Achso Nice, richtiger Stier Stier Möcke Magda weiß, wo sich das nächste Brotstück befindet Was? Ihre Worte sind rätselhaft Ex-Ali Das ist gut, bin nicht dabei Hä Hm Ähm Hm Hast du den Fremden neben dem alten Keld gezogen? Die Andriffe werden zwar schwer m schuss das ist schon praktisch hm? verkehrt deine eine nicht auf da kann jetzt sind die Gegner schon stärker ne? mach mal jetzt sind die Gegner schon stärker ja also ich mach sie schon wie nach wie vor Platz nicht genug essenzig 29 ich benötige essenz rechtlich ja 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 da sind Teil des Kreislaufs ich benötige essenz hier fehlt essenz ich benötige essenz ich benötige essenz ich benötige essenz ich benötige essenz nacht umfängt euch das wird das nichts ja richtig ja mal richtig das ist das ist mir fehlt essenz das ist das ist das ist das ist ist das ist das ist ist das ist dieses hin und her schaukeln mit der Zunge Digga aieieiei Kirschmuffens Kirschmuffens Digga aieieiei komm mal her Junge und red mal nicht n n n n nicht n was wollen sie von der nr sie ist zufällig bekannt aber sie besitzt ich bin mal ich habe eine Ultherin nr n n n n n das n 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 d n n n n n